2011 hat McDonalds Schweiz für 157 Millionen Franken Lebensmittel eingekauft. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Zunahme von 4%. Rund 80% der Lebensmittel kommen aus der Schweiz. Oder anders gesprochen, wir haben für 124 Millionen Franken in der Schweiz eingekauft. Im letzten Jahr stand die Reduktion des CO2-Ausstosses weiterhin im Fokus. Bereits seit 2010 wird unser Strombedarf zu 100% durch Schweizer Wasserkraft gedeckt. Durch diese Umstellung konnten wir den CO2-Ausstoss pro Bestellung gegenüber dem Jahr 2009 um über 30% reduzieren. Neben der Art des Stroms ist für uns genauso wichtig, den Stromverbrauch pro Bestellung insgesamt weiter zu senken. Neuste Zahlen dazu werden im Herbst in unserem Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017